Elektronik ist entspannter rein. Das ist komisch, Digga. Vor allem geht das bei dir um, finde ich. Müsst du mal gucken bei der Einstellung. Ja, ich weiß das auch nicht. Damals wird es ja auch durchgehen bei mir. Ich kann immer rein. Egal, ich traf ihn nicht. Meine Fresse. Einmal hast du getroffen, zweimal? Ja, und jetzt danach vor Einbot. Alter. Ohne, ohne, ohne. Schwere Geburt. Geht die Grafik? Ja. Ohne, machne, du hast ja so. Du hast ja so. Du hast ja so schade. Ohne, ich machne dich, was du dir so. Ja, ich mach, ich mach. Kann ich das. Du hast ja zu verraten. Das war's für heute. 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 Huh. Das war's für heute. Das war's für heute. Und so. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist für heute. Das war's 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 für heute. Weil die Zwicklung bei uns Name davon gesehen. Die Zwicklung habe ich auch gerade gemeinsam перек sujetgeschrieben getr��. Die Zwicklung ist für heute. Bericht, alles ist für heute. Und ich würde das selber einfach mal verklemmen! Einig Partner würde wieénergie auf shelvesенных. Quatsch! Quatsch! Siehst du? Oh, was? So... Boah, Lega! Wo werfen die denn jetzt? Oder? Komm noch hoch, einer! Und keiner sitzt, Digga! Aber das ist irgendwie immer so, wenn du dich von hinten einschleifst, bei jemandem irgendwie nicht geben willst, ist der Hit bügelt nicht los. Ein 26er mit einer blauen Pampe, die eigentlich schon das macht. Also, keine Ahnung, was da los ist. Wo, 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 wo. Wo, wo, wo. Wo, wo. Wo, wo. Guck! Guck! Mega gut, wenn du dich trifft ist, ist mega geil, die Achter. Jetzt muss ich da nur mal reden. Adios Amiros Muchacho Das kommt viel später bei dir, glaub ich. Und er dachte so, da kommt irgendein Kleiner. Das war die Geschichte von Johnny Blue. Boah, der wird jetzt noch mehr in der Heavy da gelassen. Wie viele sind das hier? Boah, das ist ja... Mann. Da hab ich ein Scheiß auf dir. Ja, aber bestimmt haben die Heavy-Laden oder was? Ja, warte, aber bestimmt. Ist das mal eine Bruder jetzt gerade? Das ist sogar krass. Ich hab das einfach nicht damit. Mal schauen. Vier Leute da. Aber zu wem wollte er schießen ist die Frage. Hä? 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 Oh, Digga, ist dieser Donner mit dahin. Dings weggeflogen. Drei Leute noch. Was ist dieser? Oh, nein. Was ist dieser? So. Wie verfeilten sie da hinten? Oh, ich habe es gut genommen, ich habe es ja Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boah, was? Oh! Oh! Digga! Das war schon dein Ziel! Digga! Alter! Alter! Schön in der Luft! Digga! Krass! Ehre genommen, Digga! Schade! Digga, der denkt sich auch, es geht ihm hier ab! Schwierig gegen Standard-Skill oder was? Schade! Oh, was? Niemals! Oh, was? Da war eigentlich drauf, oder? Ja! Ich hab das mal auch einmal gehabt, da hab ich nur sozusagen auf den Arm gezielt. Ja, ich will wissen, wo der andere ist. Scheiße, hier irgendwo hinter mir aus dem Busch kommt, Alter! Was ist so schlecht, Alter? Nein! EIN KILL! Er hat mein Jumppad dazu gebaut, Digga! EIN KILL! Was? Fack, Digga! Wie schlecht von ihm, Alter! Andre Alito, Digga! Ach, egal! Ich find's dein erster, erster Win, Digga! Okay, ich bring bloß die Sachen kurz in die Küche, oder? Ja, ready! Oh, Digga, kann doch nicht wahr sein, Digga! Wundervoll aus, Alter, mit meinen Kills und er! Er baut mir einfach mein Jumppad zu, Alter, dieser kleine Lutscher! Und dann... Und dann mir natürlich auch noch den Lucky Punch! Kann ja wohl nicht wahr sein! Mann, Mann, Mann! Ich... Der ist scheiß Jumppad nicht kaputt geschossen, ey! Hab ich mich irgendwo schneiden können, fertig! Er hat halt irgendwo gekämpft wie so'n kleiner... Wie so'n kleiner Nichts-Köner-Retter und dann kommt aus unten eine Ecke in Ruhe! So... 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 ... die Punch, Alter... Oh... ... da hänger Luftfahrt, Alter! Ja... Ich hab nur gesehen, wie du an die Kasse hast, da musst ich schon was du meinst! Ich wusste schon, dass er jetzt von Leaferschut kommt! der Wunschamt zugebot hat er bei der Standort und mit Köln und so weit hoch und anbelangt in drei genau ist würde wegfliegen ist ein schnell damit das draußen herrutschen zumal ist wenn du in der Kunde bist und in die Zone reingucken willst, siehst du einfach nichts. Also richtig schlecht. Ja. Zumal auch wo kam der Herr? Was wollte denn wir gewesen sein? Busch gekämmt oder so. Ja. Ach ja. Na gut, gönn wir mal den Kopf hoch. Vielleicht hat der in die Ecke da gehockt. Egal, wir wollen gerne auch mal den kleinen Hortkindern. Ich muss ihn sich gut eingehen. So. Was musst du machen? Ich muss gar nichts mehr machen. So. Du hast doch noch jede Menge Aufgaben. Äh, ja. Aber mit dem Erkrank. Ich kann mal nicht trotzdem noch mit dem Junkern sein. Ich kann nicht viel sein, wenn er. Ich kann nicht viel sein. Ich lande bei Paradise Booms. KT macht's auch schön. Ja, vielleicht können wir noch machen wenn du willst. Wenn du bei Happy Ender. Ah, dann komm los. Ja. Vielleicht krieg ich halt auch noch was für den. Account hier. Ja, ich komm so aus. Das geht mit dem Controller. Das geht mit dem Controller. Ja, ich muss auch noch einmal. Ja, du bist auch noch einmal. Du, du bist ruhig. Ich bin auch der Schöpfer. Ich will echt wissen, was er sich gedacht hat, wo ich ihn in der Luft küssen habe. Warte kurz. Ich brauche noch irgendeine Waffe. Ich hab nur ne Piste. Da war ich schon durchgegangen. Ja, okay. Ich komme. Ja, komm. Von allen Seiten hier. In der Luft. Hey. 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 Ich hab nur noch einen Pumper. 50 Kugel. Haha Selber gestorben. Der wird jetzt gefinaght. Das war ein guter Start in die Runde. Guck mal, wie ist sein Kumpel dann auf einmal verpisst. Ah klar. hat schon was wenn ich keinen bock auf ihre visage aber dann mache ich einfach maske drauf ganz schön heftig mit der moske ich schritt das immer noch auf da ich gucke mir noch einmal mal streamen am Ende und dann gucke ich mal was das wenn er war bestimmt in Italiener oder sowas ja 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 Ich schreibe mich nicht mehr. Höhöhöhöhö. So. Wie ist das? So. Das schiep an mir. Eee... Wo wird's denn? Ja, wahrscheinlich nur mit Happy Hamlet. Ja, da war so viel von fünf. Und nur mit Happy Hamlet. Happy Hamlet, ja? Joa. Kann man ja mal gucken, wenn man die Aufgaben fertig hat, was man so auf Eklig sein Nacken bekommt. Oder immer Fortnite. Ja. Toll, Alter. Wenn ich wieder essen musste, dann hab ich nicht so viel. Ja. Ich komm hier mal hin. Ich hab nicht mehr verlanden, Alter. Ja. 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 Ich bin mit der Abkommeldung. Ja. 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 Meine Fresse. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Schuhe mit den Stuhl. Und tschüss. Was, Digga? Nice. Er überlebt es auch noch, diese komische Haftgranate. Von ihm gekleppt. Was hat denn, einen habe ich mit diesem ungewählten Zielferrohr geholt, Alter? Zwei Headshots hintereinander, Bamba. Ah. Ah. ist auch gut schon ein schönes betrifft die sind vertreten ich habe noch so müssen für mich Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist noch eine blaue Trolligan Ja, ich habe auch gerade eine gekonnt Hier sind halt noch die Willis-Falls Stecken oder so Hier ist noch eine blaue Troll 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 Ah ja! Oder wie dauert es looten als Killer? Oh, der eine freis. Ab ihm. Hast du ihn? Jo. Feis. Geh, komm mal, wegschau. Wollen wir wegwirften? Ich hab zwei Stück. Okay, jetzt wieder wegschau. Aber wir können auch nichts in die Zone schon. Ja, dann lass. Komm. Ich bin zu einem Vokan und hab da mit diesen Visieren noch, weil ich hab da noch, wenn wir für später ... schlechte Zeiten. Hops. Hops. Da hab ich gleich Richtung gefangen. Hast du den YouTube abgesehen, seien da, ehrlich. Was ist denn? Boah. Ich hab mich schon geschossen. Ich hoffe, ich schaff das noch. Biss zum Lazier. Natürlich. Ich hab mich auch gesehen. Das hab ich auch gesehen. Was haben wir denn für lange Reine, Digga? Boah, wieder mit Geist, Markus. Kid. Da kann er gar nicht Geist sein. Ja, oder? Das ist bestimmt gequettet. Ah, da ist er! Oh, Entschuldigung. Oh, was? Ja, ich geh erstmal zuhören. Arbeit. Ja, im Geist. Wo ist denn der? Oben auf dem Piratenlage. Logisch. Und da kommen wir jetzt die Schüsse. Ja, da. Was ist? Was ist das? Was ist das? Ja, ja. Oh, lege, lege, lege! Oh, lege, lege, lege! Oh, lege, 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 lege! Oh, lege, 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 lege! Oh, lege, 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 lege! was er mit mir wird und wie immer das angezeigt nur jemand als angezeigt ich bin nicht die größte aber ein tritt in den ruhen bringt dich auch zu bohnen und ja das ist ein scheißer das war's komplett ach du scheiß alter richtige rapperin alter kapital bras frau alter ein tritt in den ruhen bringt dich auch zu bohnen da kommt auf sowas scheuße okay Okay. Komm Pupupi, oder musst du noch woanders hin? Ach, scheiß Dreh. Eigentlich war ganz gute Runden, Alter. Ja, war auch. Wie wir immer entspannt uns machen. Da kann ich nur bleiben, Ja, לא, 없어요. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 auch Minister dann immer noch die mir hier von mir und dann und künftig mit stecken zur Euro das hat sich um die das sind das ist ich glaube ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen vielleicht gar nicht ha! I got it! und ich muss in der Situation noch Ich glaube ich bin derart es vor allem es war ich glaube es er hat noch was ja auch noch zu machen ja lass gehen auch immer auf 14 das ist jetzt hier in meine Arschbacke gejuckt vor allem wenn man an der Seilbahn tanzen könnte oder sind welche Frosty Frosty sind welche kann man den Baum da gespürt spitzakt hat ja ich komme immer zu dir wenn den Biggie wo sind der der liegt da bei den Statern so weit hier oder hier geht auch noch einer ich muss mit mir stehen weil ich kann eh nur noch eins decken und dann müssen wir Frosty vielleicht die Gegner erledigen die sehen sahen jetzt nicht so die sahen jetzt nicht so gut aus dürften wir es schaffen eigentlich die sind so auf deiner Wellenlänge weißt du hat Spaß also wir haben hier irgendwo eine Kugel unten wir sind jetzt auf dem Automaten hier hier ja ich weiß nicht die sind natürlich abgehauen da sind die abgehauen runter oder was da sind die abgehauen runter oder was ja ja die sind schon weg ja Schlosser Das ist die Leute Ach, ich habe es mit dem Schraubchen Ah, ich habe es mit dem Schraubchen Was ist das drin? Wie ist das? Wow Ich habe es mit dem Schraubchen Das war's für heute. 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 2 und 2 oder was? Ja, nur noch den 2. Nein Nein, nein, die schießen auf mich Heavy, Digger Das ist der Sniper? Das ist der Sniper Das ist der Sniper Oh, ich habe einen 90er Hit gegeben Weil ich einen Jump hätte Ja, ich habe ja nur einen Lager voll Kann ich mir nur schneiden Ich habe einen 59er Hit der Ecke Nein, ich glaube schon schnell Lagerfeuer Das ist glaube ich ein Feuer Hast du einen Lagerpapel oder wo? Nein, die habe ich gerade schon Achtung, die schießen nicht runter Wir müssen halt zu denen, Alter Ich habe ihn nicht Nein, das ist der letzte, Digger. Er hat auch schon Hits von mir kassiert. Er baut schon wieder wie ein Weltmeister, Jungs. Oh, Digger. Nein! Mann, Alter! 70er Pär, Alter. Ich dachte aber, er hat sogar noch weniger. Ja, wie er bearbeitet schon wieder, Alter. Wie ist deine fette Wurrenmutter, Mann? André iKiller6, Mann. Ich habe mich schon gewundert, warum die pushen, wenn wir zu denen kommen müssen, Alter. Ja, den einen, Alter, den habe ich zum Glück direkt ausgeschalten. Der hätte mich geholt, Alter. Ja, scheiße, ich kotze es an, Alter. Chiris sind so ein Schwitzer, Alter. Die haben die ganzen Ferien durchgezockt, Junge. Mann, Alter. Wie der bearbeitet hat. Direkt die Platte und dann noch das Dach hinterher. Ja. Wie geht das, ey? Ich bin gerade mal froh, wenn ich irgendwie, äh, ein Fenster hinkriege und dann, äh, da durchschießen kann, wenn einer sich einbaut. Oh, Level 96, Digga. Schafft er das doch noch? Ich glaube nicht, viele Stunden. Ich müsste jetzt komplett durchsuchten die ganze Zeit. Ja, stimmt schon. uarun den Schatellen, erst nochmal Nacht. Ich bin der sie nicht. Oh, ich bin dieser Zeit. Was macht es uns her? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Ich habe jetzt keinen gesehen gemacht, ich weiß nicht Bist du mit Luftballanz unterwegs? Ja Kostklar 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 6 Minister ja ungefähr hast du da noch Minis mit dem 6 Stück jetzt kommt die Kupfer jetzt kommt die Kupfer hier 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 Oh Achtung, da hat er einen. Achtung, da hat er einen. Nein, 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 nein. Ja, ja, deswegen. Kingkiller, Alter. Das ist der Kingkiller, Junge. Ich bin ja so lächerlich. Ja, das ist einfach mal. Ja, bei mir auch. Ja, dann lass mal ein bisschen was machen, oder? Später. So. Hm. Mit Graben, der darf. Ja, ich weiß nicht, es geht gerade um die Uhr. Wird wieder kühler. Ja, die Sonne ist weg. Es wird ein gewisser mehr Regen als der andere. Moin. Ich wollte nur Bescheid sagen kurz, wenn du Bock hast. Heute Abend bei mir ein entspanntes Ründchen mit Grillen und so. Also wenn du Bock hast, kannst du ja vorbeikommen. Ja, hört sich eigentlich ganz verlockend an. Wann denn so und wer kommt denn alles? Ich müsste nur um Arme. Also auch erst mittags. Also so bis 23 Uhr können wir mal schlafen. Ja. Wann würde denn dann alles kommen? Wann würde es denn losgehen? Ja. Moin. Hallo, Super, ja? Fetter Karte. Zweit muss er jetzt sogar. So dicker, ich sag jetzt So Freddy, und wenn wir jetzt kein Episch holen, kriegst du halt kein Fressen mehr. Ja, der Kater muss jetzt hoffen. Mensch, war's. Aber wie er dann immer guckt, war traurig. So verstört mit großen Augen und die Ohren so nach hinten. Bleiben wir beide in der Faust zusammen? Oh, da leidet schon einer. Na gut, Digga, dann geh mal in den Keller, ich geh um. Oh, die Hacke, wer, Alter. Wie, die Hacke, die Hacke! das ist das ist doch nicht zurück mit dem könnte ich am liebsten schon wieder quippen das ist nicht eine waffe aber das war dann halt auch kein schluggewerken ich könnte die höchstens diese steilen stoßpistole haben rennen 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 Wo ist denn der? Hauptverhalter, wer bist du eigentlich? Achso, du hast das schon. Stimmt, da war was. Hier, ich hab noch ein Mini für dich. Du musst jetzt wieder loskopen hier mit der Waffe. Oh scheiße. Ich hab nur einen Schuss für die Steinschläge. Was braucht die denn eigentlich für den Schuss? Ja. Ja. Oh mein, Alter. Ohmderfall. Ja, genau. Ach, Digga, willst du mich rollen oder was? Digga, das hättest du mal sehen müssen. Ich will sie an, bis er mit seinem Kopf vorkommt. Wie aus nichts. Buff, geschossen, tot. Er hat richtig schnell irgendwie seinen Kopf da rausgehauen. Das war auch gerade, das war auch gerade zu geil schon wieder. Und mit der Steinschlagpistole habe ich mich, also ich bin runtergesprungen, mit der Steinschlagpistole wieder hoch sozusagen. So. Und dann habe ich ihm mit der Spurtenhilfe gegeben. Aber ein Kopf, Kopfschuss. Sag kurz oder sowas. Geil. Du, da habe ich den ganzen Tag zu Hause gammelt. Du, da habe ich den ganzen Tag zu Hause gammelt. Ab jetzt. Nein. Keine Ahnung. So 16, 17, 18 Uhr. Irgendwie so. Je nachdem wann wer Zeit hat. Und Tobi kommt. Ich habe Dennis Bescheid gesagt. Dennis würde auch mitkommen. Dann habe ich Ben angeholt. Ich habe Bescheid gesagt. Ich habe Igor Bescheid gesagt. Aber die haben alle nicht geantwortet. Weil die alle noch arbeiten sind wahrscheinlich. Aber ja. Die üblichen Verdächtigen halt, ja. Ja, müssen wir dann gucken. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch mit. General Pod joint. Ich bin ja vorhin so ein bisschen geantwortet. Im Moment habe ich was dran gedreht. Was nicht zu Hause clair ещё oder nicht. Oder sonst. Wie schwer darf es. Jetzt kommt mir stechnittlich und Keine Ahnung, wie ist denn zur Zeit so gut gefahren? Dicke, wie ist denn die letzten Frauen oder so? Pula! Achso, war ein geiler Epischer gerade, wa? Ja, das war noch ein Bauchgefühl, das war noch eine Durchreinigung. Der Bauchschmerz. Dein Scheiß. Mann, Leute. Die Teile ist, was ich da? Ich hatte vollen Pumpe direkt nach der Kleide. Ist das ein Wettbewerb mitgekommen oder was? Das ist ein Wettbewerb. Schon wieder jemanden geholt? Einen Kleidiger. Weiß nicht mehr wer er war, er war um so ein Skelett. Er war schon tot eigentlich. Aber er hat innerlich noch gebrannt. Ist hier noch einer? Ne, der war sofort down, ich glaub der war alleine. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Hier unten sind noch welche? Ja, die Leiche, oben sind noch Pusten. Vielleicht finne ich hier erstmal noch was. Nur nichts. Kann ich aber nicht mitnehmen. Da ist der Idiot. Hä? Ah, ha, ha, ha. Blödi alter. Blödi. Blödi. Hat er dein Leben abgezogen? Ja, dann trägt man hier die zwei Biggie-Sticker, dann kann ich die Mindest mitnehmen. Da trägt er irgendwie, keine Ahnung. Da trägt er irgendwie, keine Ahnung. Ausgespürt. Können wir? Ja. 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 von 2 Wadda. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Boah, ein 86er Hit. Oh, da ist wieder eine Luft, mal gucken. Boah, was? Da sieht auch noch aus. Oh, da ist wieder eine Luft. Oh, da ist wieder eine Luft. Oh, da ist wieder eine Luft. Das ist ja früher, aber wir haben ja 15 Uhr, oder? Oder nicht? Also, wie du willst. Vielleicht komm schon mal zu dir, oder? Keine Ahnung. Ne, ich red grad mit Axel, ich mach keinen Spaß mehr. Ich bin zuhause und zocke, weil nichts los ist. Und 13 Uhr 12, ich seh's schon. Oh, da war knapp. Von hinten irgendwo, keine Schuss. Oh, da sind wir noch tot, Digga. Ich hab keine Snaperschuss mehr, Alter. Ja, warte. Hier. Boah, gefährlich, gefährlich, danke. Oh, wie hast du dich da verkennt? Da ist sie. Und da noch mit nem Kugel, Alter. Boah, Achtung. Das ist eine tolle Wälder. Ey, da oben war die Wälder, das ist eine tolle Wälder. Das ist eine tolle Wälder. Das war's. Oben vom Berg. Hat natürlich wieder die Heavy-Sniper. Oben ist der Monster da. Wo bist du halt? Weiß ich noch nicht. Ich steh hier auf dem Berghof. Die haben so High-Ground. Das wird bestimmt wieder Endzimmer sein, hundertprozentig. Und so ein Glück haben. Vielleicht haben wir ja Glück und holen diese Portale, Digga. Irgendwann haben sie gerade benutzt, die letzten. Ah Digga, du hast mich schnell gebaut. Oh, da unten sind auch noch welche. Oh, ich geh jetzt pushen, Digga hin. Da kommt jetzt der zweite drauf. Oh. Oh, zweimal sogar. Hallo. Hallo. Oh, da war ne Pumpe. Jetzt hab ich die, aber. Willst du die haben schnell? Dann hab ich die Dings hier. Was denn? Die Heavy-Sniper. Heavy-Sniper? Oh, direkt Digga. Dann geb ich ne Raketenwerfer. Hier. Dann kann ich ja doch die MP mitnehmen. Warte, lauf, 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 lauf. Hier oben welche kommen runter? Ja, Digga. Ich weiß, ich hab keine Raketenmonie mehr. Du hast deine ganze Raketenmonie gedroppt, glaube ich. Nee, nee, ich hatte nur zwei Schuss. Ich hab die auch wieder eingesammelt gehabt. Ja, ich kann dir geben, Digga. Wir kommen runter. Ja. Ich wollte dir die Scharschutzmonie geben, aber hast du bestimmt, wa? Ja. Oh, was? Durch so ne kleine Lücke. Niemals, Digga. Sogar als ob du so ne kleine Lücke. Wir sind vorher niemand im 6. Modus. Ach, Digga. Ortsschwankenblut, alter. Wir fahren doch nicht mal die letzten. Du wärst schwöre, alter. Du habst so ne kleine Lücke gefickt, alter. Du bist da Eis-Zee. Ha, er stürbt. In der Tone. Ha, 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 Idioten. Ha, ha, die wurden doch geholt. Ha, 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 ha. Ja, Mann. Geil. Schöre. Ha, 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 ha. Idiot, alter, wirklich. Je deutsche, auch noch. Bis zum nächsten Mal. 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 Boah. Bis zum nächsten Mal. 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 ich schlitz das mal in die Marke lauf 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 als ob der nicht drauf war ich komme mit dem bogen die bocken ich komme gut auf den klar eine davon war ja meine und die blaue trommel und das grüne sturmgewehr weil das blau maus das ist ein bisschen baum Das ist ein Schlaubert, das ist ein Schlaubert, das ist ein Schlaubert. Doch, du hast ja eine braune Piste weggeschossen, was wirst du dir? Das ist ein Schlaubert, das ist ein Schlaubert. Das ist ein Schlaubert. Yo, mothafucker. Mach das, bitch. Das ist fertig. Naja, ich warte jetzt noch bis Axel zu Hause, dann treffe ich mich kurz mit Axel, so 4-4 Stunden und dann werde ich auch auf der Amt dann zu dir kommen. Na, ich jetzt gerade mit einer Freundin auf der Couch und wir essen und gucken, wir sehen uns. Also von daher weiß ich nicht wie lange wir brauchen Axel Petter, es ist noch für 1, 2, 3, 4 Stunden. Okay, Axel Petter zu mir, er geht nach Hause, geht duschen ist was und sich zu können uns treffen. So, keine Ahnung. Weil wenn es nichts holt, dann soll er Bescheid sagen, dann gehe ich zu Paolo und so, weil dann chill ich da und drehe mit. Musst du sagen, Digga, ob du schlafen willst oder nicht, weil wenn ja, dann gehe ich zu Paolo und so weiter. Aber ich hab eigentlich Bock mit dir zu chillen, dann müsste ich danach da hin irgendwann und die machen dann länger weiter. So, jetzt ist das Zono. Kommen wir auf den Berg da rauf. Machen wir so. Das ist gut, die ganze Zeit nicht mehr. Machen wir so ab. Ja, so machen wir so 17, 18 Uhr, ja. Da bin ich dann auch zu Hause. Saveless. Hä? Ich dachte dadurch, dass du den ganzen Tag zu Hause chillst, kann man schon wieder gucken. Nein, alles gut. Von mir aus passt das mit der Zeit so 18, 19 Uhr, 17, 18 Uhr oder so. So, ja. 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 Leider. Ja. Ja. Ich bin schon ohne auf. Ich suche die ganze Zeit nur auf der Suche. Keine. Da ist der Orchester, da ist ein Cheminist drin. Schnell, meine Tasche ruft. Ich habe auch mal einen Bogen. Den habe ich mich gut. Erst mit Jackenwehr angehittet und dann mit Bogen. Ich wollte dir einen Kugler runter schicken, weißt du? Auf einmal fixiert er sich vor auf den Kugler. Dann habe ich ihn mit Jackenwehr und dann direkt mit Bogen gehittet. Und war abgelenkt. Das ist weiter. Achso noch. Ey, hier sind eins. Wisst du? Nein. Danke, dass du ihn gezählt hast. Ich finde, wenn ich den... Achso, war noch zwei, ja. Ne, doch, ich hab noch zwei. Aber da waren nur wieder gestreckt, also rufen muss da nicht noch so gut sein. Ich kann ja nicht erst mal hier umgehen gehen lassen. Ich kann ja nicht erst mal hier umgehen gehen lassen. Hier kommt einer geflogen. Komm, runter geh! Abhin! Komm, runter geh! Oh! 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 Oh, ne! Oh! Das ist ja oben auf dem Werk! der andere kommt jetzt auch noch die 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 Ja, den wollte ich schon mal endlich holen, weil der da oben auf dem Berg war. Damit der Dings war. Mit Teffels. Ach, Isa, ey. Digga, Springe und alles beim Laufen, Digga, und der holt mich. Scheiße. Ja gut, wenn das Stier gesagt hat, 16 Uhr können wir uns treffen, dann wird da wohl was dran sein. Ich hab keine Ahnung. Nee, aber dann, keine Ahnung. Er meinte, ja. Sag mir denn einfach nochmal Bescheid für mich. Du bist nicht dazu. Guck mal. Guck mal. Ja. Guck mal. Guck mal. Es ist halt die Flamme gespart. Alter, wollen wir mal auf ganz entspannte Basis mal wieder da. Okay, hast du lange Weile oder? Wohin? Ach, die Lending war wieder anders. War mal cool die Hände, aber... Ach du Scheiße. Ich denke auch an den Fallschirm, wenn sonst was machen wir haben. Stimmt, da war ja was. Alles klar. Boah, die sind aber bestimmt richtig tief. Ja, wir sinds dann in der Lobby, alles gut. Scheiße. Ja, ich guck hier, ob in der großen Garage hier das Quad ist. Dann komm ich da hinten von. Natürlich steht uns da nicht. Natürlich steht uns da nicht. Ja, ich guck hier bitte ein bisschen Motorrad fahren. Zack, zack, zack. Ich hätte auch noch 1, 2 Grillsochen holen. So, ich muss das halt. Wenn ich gonnae, könnte doch noch rum, dich gut s'ue wäre für dich. Wenn ich hier wieder weiß, jetzt bin ich perception. Ich Numbertwo donner das noch mit Miriam noch daran. Wenn du Além der Marke Karte gewappt Sedengelere aufst anderen Suppose lui und es möglich! Und weil er jetzt sockista. Es gibt eigentlich keine Empwelt Nathanmparen. Morantığ 온 mitnehmen muss. dass ich hoffe. Ich gehe Dirig, sie sa Save р особ commit. Es gibt Ch� nicht immer bedrifft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kannst du kurz, so, ich weiß nicht, 10-15 Minuten kurz alleine zocken, ich habe hier einen WBS, den muss ich jetzt ausfüllen. Das ist nur Adressen. WBS? Ja, einen WBS habe ich jetzt gerade hierher bekommen, weil mein Stiefvater zieht einen aus dem Haus und die Wohnung könnte ich übernehmen mit dem alten Mietsvertrag. Das ist nicht so viel kostet und den WBS muss ich jetzt noch ausfüllen, damit ich die Wohnung dann kriege, weißt du? Ja. Also es dauert wirklich nur 10 Minuten oder so, mir hilft ja die Mutter von Felix und Fabi beim Ausfüllen. Ja, okay. Alles klar, bis gleich. So, bis dann. Hallo. Hallo. Tadada. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Vielen Dank. 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 Oh, waren jetzt die Neuen hier. Vielen Dank. 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 Ich bin jetzt, ich bin... Wir holen alles weg und dann können wir mit Haruka zocken. Was ist denn da? Was ist denn da? Ich weck dir gerade, Leute, nacht. Ich bin schon lange, das fand ich vorher drüber. Was ist denn da los? Ich schon nicht, musst du gucken, Digga. Was, ich schon nicht, hol da deinen Anschluss bei der Pizze. Was ist denn da los? 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 So, das habe ich, das habe ich... Was ist denn da los? Das habe ich, das muss ich eigentlich noch weglegen. Ich war schon irgendwo eine Folie, Alter. Ich habe hier noch eine Folie. Da sind drinne Bilder drin. Was ist denn da los? Na ja, ich bin schwule, ich habe eine Schmuckstust. Oh, hast du noch... Wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Wir haben jetzt kein Aufwand. Wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Alter, das hört sich übelst laut bei dir an. Also, dass es bei dir übelst laut läuft, sozusagen. Okay, ich bin fertig. Ich bin fertig. So, Lisa, bist du herzlich eingeladen zu meiner Einweilungsparty in meiner Wohnung. Es kommen auch nur, Jungs. Weil, ab jetzt mag ich Männer. Alter, sind die zwei Aufgaben. Musst du das Spiel neu starten? Nee, ich hab gerade neu gestartet. Ach so. Ja, dann ist es verbackt oder so. Ja, warum steht denn hier überall Bier, 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 Alter. Wie ne Kneipe. Nee. Wie ist der Bubu? Isa sagt Musso. Alter, das gefällt es dir auch vor, Alter. Alter, komm, machen wir den Tanzband, los. Ja. Oh. Oh, der Skin kommt nicht schlecht, Alter. Aber auch mal kurz, Alter. Ich hab mir, glaub ich, den Eintanz reist. Das sieht voll fresh aus, Digga. Fresh. Mit seiner Nahweste und so, mit der schimmelnde Anzug. Komm, wenn wir mal ne Runde heiße Sohle spielen? Hä? Wollen wir mal ne Runde heiße Sohle spielen? Heiße was? Heiße Sohle, dieser Modus. Der ist schon wieder, Alter. Okay, komm. Eine Runde, komm. Äh, ist noch jemand an dem Mann? Ne, hast du Bennys noch Arbeit machen? Hier, ich schmuch dir das an. Oje, Sohle. Zehn Minuten sind aber over, hat er mir geschrieben. Hat ein bisschen enger gedauert. Nein, gibt nix. Ja, keine Ahnung, Digga. Müssen wir mal gucken, wenn man sich ab 16 Uhr treffen könnte. Würde ich ab 16 Uhr dann hier losgehen zum Bürgeramt. Mal ein WBS abgeben und dann, ja. Wo muss ich arbeiten? Einkaufen muss ich nachher auch noch. Dann geb ich den da ab dem WBS. Geh direkt einkaufen. Und dann, oder geh ich auch rückwirk. Wo wären wir hin? Ja, der antwortet nicht mehr. Ja. Nein, ne? Er meinte vor, wir können uns auf jeden Fall treffen und wenn nicht, kann ich auch zu ihm kommen und ein paar unchainen. Aber keine Ahnung was wir damit machen. So, auf jeden Fall brauchen wir Hängegleiter. Naja. Ich brauche auf jeden Fall einen Sniper, Alter. Oh, hier sind die nur, oder? Ja. Und natürlich ist ein paar runtergeflogen bei dem Schiff. Halt Das war's. Wo sind die denn? Wo sind die denn her? Wo sind die denn her? Ja genau. Leider halt ihn. Wo sind die Mates alter? Ah komm ich kletter's. Soll die alleine spielen? Und was ist denn jetzt Aufgaben, wer soll man das jetzt anzeigen? Jetzt Digga, lebe länger als deine Gegner, sein Solo-Match ist unter den letzten 25. Wie oft im Solo-Match? Oh scheiße. Wollen wir das einfach andersrum machen? Dass du mit meinem Account spielst, ich mit deinem? Wie jetzt? Na du spielst über Playstation jetzt mit meinem Account? Dann müsste ich ja deinen Account hier anmelden drauf. Was? Dann müsste ich ja deinen Account hier drauf anmelden. Ach so. Ich weiß es, das geht ja sonst nicht. Keine Ahnung. Wenn es gut aussieht, dann hat Felix heute Abend auch einen Funktionstisch, die in Rechern könnte ich die heute Abend auch machen. Die Solo-Aufgaben oder so. Aber ich weiß es noch nicht ganz. Keine Ahnung. Nein, lass das mal normal. Du, weil du das halt nimmst. Ich werde mein Ding über länger als deine Gegner. Muss ich erinnern. Ach. Muss ich erinnern. Na, zur Not. Ich weiß nicht, was er meinte und Thomas, wann er kommt. Aha. Heißt? 20 Uhr? 20 Uhr. Na, du machst die Sau schon wieder auf, oder? Wann? 20 Uhr. Na. Ich bin schon im Dreh. Ich kann nicht morgen arbeiten. Ich muss. Guck mal. Was der macht. Ich muss morgen mal wieder arbeiten. Ich bin schon im Dreh. Ich bin schon im Dreh. Ich muss das mal machen. Ich bin schon im Dreh. Ich bin schon im Dreh. Die Beile Aufgabe kann man ja direkt in Solo machen und der 25 ist dann schwer zu kommen und dadurch überlebst du auch die Gegner. Ja ich kann dir so 8 Uhr Bescheid sagen Digga dann, ob oder ob nicht mit meinem Account, vielleicht meldet er sich ja schon viel mitgemacht. Ja wenn dann machen wir das zusammen hier trotzdem. Ja dann können wir machen. Bloß ich muss ja bald los Digga, ich muss ja den WBS noch abgeben. Verlangt hat man mit 8 Uhr auf. Dann machen wir jetzt erstmal mit deinen die Aufgaben und dann noch schnell mit meinen und danach würde ich losgehen schnell. Wir wollen arbeiten und dann mit dem Donnerstag. Und auf dem wir jetzt hören werden, dass ich komme. Ich würde das machen. DIGGA DIGGA 10 AP ab Komma ACH DIGGA 60er mal schon eine Karte ich hatte auch gerade noch eine Banane jetzt jemand den anderen jemand anders hinabschnauen oder was? willst du dir was mitbringen? die blaue Karte oder so? ja die blaue Karte warte auf kann ich erst mal näher oder dann bringe ich die Dino mit? die endlich wieder jetzt machen wir eine Karte oh macht er automatisch laufen hier ey die eine lässt da los die beiden und die andere und es ist nicht schön oder was? ja das kommt doch nicht ja das kommt doch nicht das kommt doch nicht das kommt doch nicht das kommt doch nicht ein ich kann mal kümmern in Haus das ist noch nicht fertig gelotet Das war's für heute. Ja, gar nicht da. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, hier sind noch welche. Wo bist du? Komm her. Das muss ich rein, ich kann das noch nicht auf. Ich bin schon da so gut wie. also einer ist da auf jeden fall sie haben beide geister pass auf ja 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 Was? Der ist der Sterblech Das ist mal 4 Slow dead, Alter Ey Paz Wie kann er denn so viel haben? Slow dead, Alter Seine Mutter ist gleich dead, Alter Oh, Freddy ist gut Hm, ich mach ja schon mal Und Wer ist jetzt? Wir müssen einfach mal zum Ende kommen Ich bin einfach frei Schade Schade Ey, gibt's die Runde best of spiel Best of spiel und siegen Mach eine Runde, ne Ja, wir sind eigentlich ruhig Das ist doch... Komm, dann machen wir noch eine allerletzte Die machen noch schnell Eine ganz schnelle Runde machen Schade Wenn der nachgeklackt hat Hab ich das gehört? Hab ich zu spiel machen, gell? Boah, Luca Das ist echt so stark, ne Da hab ich... Das feiere ich schon wieder zu Schade 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 Ja Sitz! Ja 너 Schade Leack Keine Ellers spins Ist das? Ja, wir sind fertig. Können wir ja, vielleicht, eigentlich machen. So. Wieso, kurz der Börgermein BBS abgeben und so. Könnte ich eigentlich rumkommen. Mit ins Fibische, Mucke und Schellen. Könnte. Machen. Und dann später raus. Mit Axte treffen oder eine Winze-Axte dann. Uh, ist da irgendwie eine ganze Mucke. Was hängt? Was hängt? Nein, das weiß ich nicht. Hat so gesagt, naja, wenn ich komm noch her. Weil, ich werde mich noch mit Axte treffen, aber der pimmt. Ich meinte, naja, dann gehe ich zur Polycambox oder mal rum zu Chaim. Meinte, Sina, wenn ich komm noch her, ich bin mit einer Freundin bei mir. Das ist hässlich. Ja, du kommst mit, Digga. Nein. Oder willst du mich noch? Thomas könnte ja vielleicht, müssen wir fangen, dass wir vielleicht eine Zeit wenden können. Dann wieder. Ich bin bald los, Digga. Und die sind dann halt so. Alter. Ich hab von meinem Livestream angefangen, ne. Weil Isak konnte nicht mein Dings. Nee, ich krieg da auch weg. Weil Isak konnte nicht mein, ähm, mein Chaplain beitreten mal wieder. Und ich zack da so meine Runde, Dicke, bin gut abgegangen. Auf einmal, Dicke, 100, ich glaube, 185 Meter oder so waren das. Dicke, hab ich im Flug eingesnipet, Dicke, im Flug. Dicke, das war heftig, Alter. Das war krass. Ich hab da blaue Punkte für dich vertreten. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch sehen kann, ich guck mal, ich guck mal wieder. Ja, ich guck mal, ich guck mal wieder.